So meine Freunde, kleiner Augenblick, ich bin gleich soweit. Ich suche noch meinen Kopfhörer. So, hoffentlich hört man mich überhaupt, ich muss jetzt gerade mal eben, geht das denn hier lauter und leiser. Okay, where is my controller? Wenn man blind ist, ist es gut. Ich würde gerne von vorne anfangen, geht das? Okay, gut. Aber wie mache ich denn jetzt hier gespeicherte Dateien löschen? Ja, weil ich möchte von vorne anfangen für euch. Von daher machen wir das mal. New Game. Yes. Das haben wir doch gerade schon gemacht. Das ist mir ein Scheiß. Hä? Nein. Wir wollen die... Ja. Let! Ja, Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe man hört mich überhaupt, ich hoffe man sieht mich überhaupt. Oh. 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 Okay. Okay. Oh. 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 Und woher bist du? Ja. Meinred? might way. Wo bist du? Sieht nicht gut aus, was? Hatte schon bessere Tage. Wer sind Sie? Ich heiße Carson, aber dazu kommen wir noch. Sie und ich stehen übrigens auf derselben Seite. Klar. Und kriege ich keinen Anwalt? Sie brauchen keinen Anwalt. Aber Sie brauchen meine Hilfe. Ach, verdammte Scheiße. Sie haben es bei all der Aufregung vielleicht vergessen, aber Sie stecken in Schwierigkeiten. Öfter mal. Sehen Sie sich um Ryan. Das war's. Der Rest Ihres Lebens sieht so aus. Rumsitzen in einem kleinen Raum. Stellen Sie sich das vor. Ihnen droht mehrmals lebenslänglich. Terrorismus, Verschwörung, mehr Morde als wir zählen können. Sie wollen nicht mit mir reden? Okay. Ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Ryan Marks. SAS Nomad Schwadron. Zero, hier ist Nomad 2-1. Hat das Gelände erreicht. Ich gehe rein. Over. Nomad 2-1, hier ist Zero. Negativ. Luftunterstützung abwarten. Over. Zero. Ich bin derjenige vor Ort. Ich sage, wir müssen sofort exfiltrieren. Negativ. Position halten. Over. Whoops. Hallo Nomad 2-1. Hier ist Zero. Sie haben grünes Licht. Over. Verstanden. Hier sind meine Hände so ein bisschen komisch. Ich würde gerne mal die, also den Controller kalibrieren, weil... Jetzt stecke ich die hier entweder weg. Betrete Gelände. Beginne Exfiltration. Over. Der Riegel muss weg. Achso, oh. Der Riegel. Der Riegel. Okay. Wow. Wie eine zweite Grundausbildung. Hände an die Leiter. What's this? Ja, die kann ich gebrauchen. Scheiße. Scheiße. Nein. Wir haben angegriffen. Oh. Los geht's! ich hab dich ok Leute ich brauch nur mein Werkzeug die Hitze lässt mich Dinge sehen dieser Ort ok mit Move-Controller geht das natürlich besser ich hab leider kein Move-Controller leider nicht wie wechsle ich denn die Waffe ok was ist das nein wo ist der Rest klingt als wäre ich hier richtig hört sich so an na eine verstärkte Tür wird wohl etwas lauter ich halte Durchbruch vor dann soll jemand hey hi wo are you ja du hast dir ganz schön Zeit gelassen Maxi ich dachte schon ich müsste mich selbst retten oh ach so dann geh ich du Penner na los hol mich hier raus ne hier ich habe sieben bis zehn x-rays mit gebrauchen gesehen und fünf x-rays mit Pistolen beste Schätzung Okay, los. Okay. Funkcheck. Verstanden. Waffencheck. Munition okay, Waffe okay. Endsichert? Jederzeit. Bestätigt. Bewegung. Okay. Bestätigt. Bewegung. Draußen wartet ein Wespennest auf uns, Kumpel. Stand by. Stand by. Stand by. Los! Nein! Ja! 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 Das war's los! Steig ein! Los! Halt dich fest! Straßensperre! Ja! Das ist ein toller Wagen. Hol dir doch ein! Falls du denn, geh wieder mit Wasser. Bo! Ja, diese Asche werden sich nicht kampflos ergeben, Kumpel! Kein Problem! Mach sie fertig! Mein Gott, sie fällt dir raus! No! Ja! 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 come that's not right! Die halten ganz schön viel aus. Genau, leck mich. Okay. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Muss ich den überhaupt erschießen? Gehört er zu uns? War doch keiner, ne? Und out. Mir ist ganz schön warm unter diesem Headset. Das ist krass. Hi. Zurück in die Basis? Klingt nicht gut, oder? Nein. Ach, der gehört jetzt zu uns. Sony Interactive presents... Ich sitze schon. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Okay. Was passiert? Leider ist Ihr Vater verstorben. Herz entfalt. Es ging sehr schnell. Niemand hätte helfen können. Okay. Es tut mir sehr leid. Der Flug ist gebucht. Gehen Sie packen. Sie fliegen zurück nach London. Ich will Sachen anfassen. Ich will das aufmachen. Ich bin einfach mit produits. Ja. Ich bin dein Traпол Besonderes. Ja. Ja. Oh, ich wollte dich gerade antatschen. Weißt du, wen ich letzte Woche gesehen habe? Wen? Gary Moss. Gary mit dem kleinen Kopf? Wird mittlerweile noch kleiner. Darüber hat er sich immer so aufgeregt. Du hast ihn ja aber auch eine Traube mit aufgemaltem Gesicht genommen. Oh ja. Was zum Teufel ist das? Ich versuche aufzuhören. Und low carb. Kohlenhydrate. Wusstest du, dass Äpfel praktisch reine Kohlenhydrate sind? Okay. Also kein Obst mehr. Was ist mit Bier? Bier ist kein Obst. Ist aus Getreide. Stimmt. Probier's. Oh. Wurstfinger. Was für Wurstfinger, Alter? Wie ist er denn drauf? Ich habe es fallen gelassen. Alles klar bei dir. Keiner mal. Wo ist das hin? Und wie geht's mal? Sie hat ihren Mann verloren. Was glaubst du, die es ja gut stimmt? Das kam halt so unerwartet. Das muss erst mal sacken. Bei uns allen. Nein. Er war kein Engel, aber... Er würde ewig durchhalten. Keiner konnte es mit ihm aufnehmen. Es lief alles rund. Ja, es stimmt. Ja. Wahrscheinlich. Hört einfach, dass... Zeig was? Keine Ahnung, wenn man irgendwas tiefsinniges... Wahrscheinlich zu sehen. Finde ich auch. Geht mir auch so. Arsch. Na dann. Ein Göß hinter uns. Ja. Bereit? Ja. Bereit. Dann los. Okay. Blood and Truth. Welcome, my friends. So, meine Freunde, hier machen wir aber einen Break. Wir werden erst mal gucken, ob das überhaupt mit der Aufnahme geklappt hat. Wenn ja, geht's weiter. Wenn nein, müssen wir nochmal probieren. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Boah, ich bin doch warm, alter. So, tut sheet. Boah, ich bin doch. Boah, ich bin doch großartig. Bra Marg, dinner herein. AlsJa, vor dem, wissen wir ... coated es? Och, was ist das? prosperWarstalk Vielen Dank. Vielen Dank.